Moinsen, ihr Füchse und Füchseninnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Risen 3 Titan Lords. Im letzten Part haben wir uns angefangen, um die Höllenhunde in Antigua zu kümmern und sind hier auf die gute Emma gestoßen, die sich wohl noch bewegt. Das heißt, sie scheint noch nicht tot zu sein. Wir werden es herausfinden. Holy shit. Ja, danke. Sehe ich aus wie so ein Säufer oder was? Äh, was ist denn überhaupt los gewesen? Kann ich dir irgendwie helfen? Wie kann ich dir helfen? Ich fürchte, es ist fast zu spät für mich. Du lebst doch noch. Ja, aber wer weiß wie lange. Vielleicht gibt es ein Heilmittel. Ich kenne ein altes Rezept des Shaganumbi-Stammes. Ob es wirkt, weiß ich nicht. Aber in all der Dunkelheit ist es ein Hoffnungsschimmer. Ja, einen Teil der Zutaten habe ich. Lediglich modrige Knochen und faulige Pilze fehlen mir. Na, das klingt ja super lecker. Du kennst Eingeborenen der Shaganumbi? Was das Heilmittel angeht. Ein ordentlicher Schluck Rum könnte dir vielleicht auch helfen, wa? Ein ordentlicher Schluck Rum könnte dir auch helfen. Nein, ich vertraue nur meiner eigenen Heilkunst. Faulige Pilze? Das ist doch keine Zutat. Das ist einfach nur widerlich. Faulige Pilze? Das nennst du Zutat? Voodoo-Tränke sollen nicht schmecken. Sie sollen wirken. Na schön, wo treibt man diese Delikatesse auf? Sieh dich am kleinen Strandabschnitt um, an dem die Höllenhunde mich attackiert haben. Sieben faulige Pilze werden ausreichen. Die habe ich ja schon. Und diese Knochen? Du brauchst modrige Knochen? Soll ich den Friedhof umgraben? Nein. Das haben die Schattenwesen bereits für dich erledigt. Hm. Geh zum Friedhof westlich vom Haus der Kapitäne. Sammle fünf modrige Knochen auf und bring sie mir. Okay. Ich besorge dir den ganzen Kronen, ne? Ich besorge dir die Zutaten für dein Rezept. Gut. Ich ziehe mich wieder in mein Haus zurück. Du findest mich dort. Oh, du kennst die Eingeborenen? Du kennst Eingeborene der Schattenwobi? Ja. Von ihnen beziehe ich einen Großteil meiner Waren. Die Voodoo-Künste ihrer Hexen haben mich schon immer fasziniert. Mich auch. Und sieh, was aus mir geworden ist. Ha. Ich, ich verstehe nicht. Schon gut. Der Geist will schweigen, aber der Mund ist schwach. Ha, ha, ha. Alles klar. Dann legen wir los, ne? Mal sehen. Da ist der letzte modrige Pilz. Dann haben wir die schon mal alle fertig. Jetzt brauchen wir noch die Knochen. Die sind ja ganz in der Nähe. Oh, Hühnerbollen. Das ist der kleine Timo, oder wie er auch immer nochmal hieß. Tom? Der kleine Tom? Ich weiß es nicht. Vergessen wir, dass wir ihn umgebracht haben. Ich will gar nicht wissen, was los ist. Da kommt der 100-Bronne-Quest. Mein Bruder Tom wurde leider in eine Ente verwandelt. Bitte heile ihn mit diesem Trank. Ähm, ja. Ich hab ihn umgebracht und als Hühnerbollen gebraten und gegessen. Aber reden wir nicht weiter drüber, ne? Reden wir einfach nicht weiter drüber. So, während wir uns auf den Weg machen, können wir nochmal eben hier nebenbei reingehen. Hier sehe ich gerade keine Höllenhunde. Das ist ja erstmal was Schönes. Hier steht noch einer rum. Was denn? Danke für den Tipp, Bruder. Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Danke für den Tipp. Ei, wird deine Haut retten. Scarlet, die Braut vom Hafen, hat sie auch schon erwischt. Und Donovan hat auch die längste Zeit in seiner Bude gewohnt. War nichts mehr zu machen. Schlechtes Gewissen wegen Scarlet? Schlechtes Gewissen wegen Scarlet? Ei. Und warum? War für sie verantwortlich. Dem muss man auch jedes Wort aus der Nase ziehen. Wartest du hier auf irgendwas Bestimmtes oder hältst du Wache? Oder was ist hier deine Mission im Regen? Wartest du hier auf etwas Bestimmtes? Ei. Und das wäre? Den richtigen Moment. Um was zu tun? Um was zu tun? Viecher umhauen. Und wo genau? Wo genau? Da hinten. Wie viele Viecher sind das denn? Wie viele Viecher sind es? So langsam fängst du an zu nerven. Jetzt komm auf den Punkt. Wenn du dann endlich die Klappe hältst. Auf dem Blutschwurplatz sind ein paar Biester. Die brauchen mal einen Arschtritt. Hast du Bock? Arschtritte? Genau meine Spezialität. Zuzutrauen wär's dir. Hilf mir die Viecher einzumotten und 100 Goldstücke gehören dir. Bin dabei. Ich bin bereit. Lass uns die Biester vom Blutschwurplatz jagen. Ei. Zieh deine Waffe und mir nach. Auf geht's Bruder. Action. Wuhu. Don't Mützen shop. Ich sag's euch. Wo ich irgendwann ne Kneipe habe, hat er nebendran an seinen Mützenladen. Den feinsten Opfermützen. Aus feinster Opferhaut. Ah. Wie du es wagen kannst. Wie du es wagen kannst, einen dreifach Angriff zu machen. Dafür hab ich ihn weggeschossen. Der Blutschwurplatz. Ein Opferaltar auf der Wiese. Die Schatten ziehen durchs Land. Und wir köpfen uns gegenseitig wegen ein paar geklauter Kartoffeln. Man muss eben Prioritäten setzen. Seht wohl so aus. Menschen, was willst du denn machen? Komm, lass uns weitergehen. Butch scheint tot zu sein. Jagen. Jemandem was auf die Schnauze geben. Liegt mir eher. So, die Viecher auf dem Blutfluss hat sie nem Arsch, ne? Die Viecher auf dem Blutschwurplatz sind hinüber. Gut. Hier ist ein Anteil. Dankeschön. Weitermachen, Jack, ne? Zack, so rum heißt das. Zack war dein Name. Da ist noch ein Teleporter-Stein. Das ist sehr schön. Und dann würde ich sagen. Machen wir uns mal weiter auf. Hier geht's zurück zu unserem Kumpel. Hier geht's nicht weiter. Kann man nur durchgucken. Guck mal. Gleich da hoch? Ja. Nein. Los, komm schon. Ich will da auch durchschauen. Okay, man sieht nicht so viel. Das ist so ein kleines Guckloch oder so zum Rausschauen. Aber nee. Nee, nee. Gut, dann auf zum Friedhof. Gucken wir uns da nochmal um. Und dann ein paar Knochen. So, eins, zwei. Nesir, Gipsen, Torben, Baben, Timo der Große, oh. Okay, das war Timo der Große und Timo der Kleine war sein Bruder. Ich sag's dir. Ich hab mir auch so einen umgebracht. Der wurde wahrscheinlich von Timo dem Großen, weil die sich gestritten haben, verwandelt. Ich wusste das nicht und hab ihn grad gegessen. Aber er war lecker. Mal hin. Das soll ein Friedhof sein. Ich habe Friedhöfe gesehen, die waren viermal so groß. Und dort lagen mindestens vier Personen pro Grabstein im Grab. Das hier ist doch Platzverschwendung. Nein, Mann. Ich will die Steinachse luten. Geh weg. So. Wen haben wir denn hier noch? Garlet. Hyriander der Kupferne. Oh, Colonel. Eine Feuerblume dahinter ist doch was, irgendwas Gelbes langgelaufen. Wall-E. Gut, dann hauen wir erstmal wieder ab. Bringen ihr mal die gewünschten Zutaten für das Höllengesöff. Und gucken mal, ob es hier dann wieder besser geht, ne? Haben wir dann eigentlich alle gesehen oder ist hier noch mehr Stress mit den Höllenhunden? Wir sind doch dann eigentlich durch. Blutschwurplatz. Er da oben ist am Start. Ich guck mal. Wegen seiner Kiste. Er hat ja was von der Kiste erzählt, aber gesehen habe ich die noch nicht. Meine Ware. Ne, die muss ja dann jetzt hier irgendwo hier oben sein. Ich dachte, ich wäre schon an allen Kisten dran gewesen, aber vielleicht war die verschlossen und ich kann erst jetzt ran. Da, Flins Truhe. Die habe ich schon übersehen. Kristall, Gold, Fuße und Apfel. Magische Kristalle. Wahrscheinlich war es echt nicht gut, dass ich netterweise Leuten so viele Kristalle gegeben habe. Sechs und so teilweise. Nicht, dass mir das nachher hinten raus noch leid tun wird. Nein, wir werden sehen. So, hier waren wir drinnen. Jetzt gehen wir hier nochmal eben kurz gucken. Niemand zu Hause? Sieht nicht so aus. Alles kaputt. Alles. Piratenbüchse, oder? Die nehmen wir doch mit. Die brauchen ja hier keiner mehr. Eine Pfeife, ein Krug. Gut, haben wir wieder App. Wein nehmen wir natürlich noch mit. Du kannst immer gebrauchen. Ich finde es schön, dass Wein als Proviant betrachtet wird. Verstehe ich von und ganz. Hier sind wir auf der Rückseite der Kneipe, ne? Es geht noch nach oben. Gucken. Da ist noch wer. Und zwar... Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Bin ich klauen? Ich gucke mich nur um, Bruder. Jetzt nicht. Raus her! Raus her! Ja, ja. Bleibt mal entspannt, Leute. Ich gucke mich doch nur um. Was ist denn euer Problem? Meine Güte. Direkt am Ausrasten. Die Boys. So. Ich kann mir mal eben eure Äpfel, ne? Oh Gott, was tust du da? Pansel. Erschreck mich nicht so. Erschreck mich? Was bist du denn für einer? Ich bin der Pansel. Ich merke's. Ja, ich merke das auch. Du hast Angst vor den Schergen, wa? Hast du? Hast du? Angst vor den Schergen? Und wie? Ich traue mich keinen Schritt mehr nach draußen. Eigentlich müsste ich an der Schmiede stehen. Du bist Schmied? Nicht direkt. Ich bin nur der Lehrling. Mein Meister ist allerdings auf Reisen. Und besonders gut bin ich noch nicht. Warum stehst du denn nicht unten an der Schmiede, wenn du da stehen solltest? Warum stehst du nicht unten an der Schmiede? Ich bin doch nicht verrückt. Da unten sind so... So unausstehliche Kreaturen. Deine Familie? Nee. Ich rede von diesen Schattenwesen. Sie haben Donovan, den Büchsenmacher, getötet. Bevor die nicht weg sind, bewege ich mich keinen Meter. Schmiedearbeit ist schwer, wa? Schmiedearbeit ist schwer, was? Und wie? Ich vertrete Onkel Wilson. Der ist ein echter Meisterschmied. Und ich sag dir, wenn er aus Kalador wiederkommt, wird sich bestimmt kein Monster mehr hertrauen. Solange er aber nicht da ist, übe ich das Schmieden. Bin aber noch nicht weit gekommen. Hm. Warum wundert mich das jetzt nicht? So, zurück an die Schmiede. Die Kreaturen sind weg. Du kannst jetzt wieder, ne? Zurück an die Schmiede. Deine Kreaturen sind tot. Und du bist dir ganz sicher? Ja. Schon gut. Hier, mein bestes Schmiedestück. Du hast es dir verdient. Wenn das Ding was taugt, fress ich einen Besen. Jetzt, wo deine Kreaturen weg sind, verkaufst du auch Ware oder wie sieht das aus? Jetzt, wo deine Kreaturen weg sind, verkaufst du da auch Ware? Da musst du zu Grace gehen. Ich hab's nicht so mit dem Rechnen. Sag mal, was kannst du eigentlich? Du bist ganz schön gemein. Ja, ja, ja. Kannst du bitte was beim Schmieden beibringen oder geht das auch nicht? Kannst du mir das Schmieden beibringen? Ich kann dir zeigen, wie man Klingen schmiedet, die erst nach drei Schlägen abbrechen, wenn du möchtest. Nach dreien. Oder Nägel. Möchtest du wissen, wie man einen Nagel schmiedet? Nee, lass mal. Soll ich mal die Gegner da mit Nägeln beschmeißen oder was? Nee, lass mal stecken, Bruder. Danke, war nett mit dir, Panse. Du bist echt netter. Du bist da schon cool drauf. Sie steht da draußen und guckt ein bisschen ängstlich aus dem Fenster. Grace! Lass stehen, du Unhold. Unlangsam, Mädchen. Ich tu dir nichts. Ach, ich dachte schon, du seist einer von diesen fürchterlichen Schergen. Aber du bist ja nur ein Herumtreiber. Bisschen? Ja, ich leite tatsächlich diese Schmiede. Und nein, ich leiste sonst keine Dienste. Auch nicht in schweren Zeiten. Okay, bleib mal ein... Bist du ja völlig verrückt? Bleib mal entspannt. Entspann dich. Du bist völlig überdreht. Ist doch auch kein Wunder. Keiner traut mir zu, dass ich die Schmiede alleine betreiben kann. Und? Stimmt das? Seitdem Wilson diese Halunke mich hier zurückgelassen hat, läuft hier gar nichts mehr. Unsere Hafenstadt wird überrannt. Niemand kommt uns zu Hilfe. Und dann soll ich mich auch noch um diesen Lehrling Pansl kümmern. Das ist einfach zu viel für mich. Wieso ist Wilson weggegangen? Wieso ist Wilson weggegangen? Tch, das wüsste ich auch zu gern. Ich hab so eine Idee. Kann er nur irgendetwas mir vorziehen? Haut er einfach ab nach Kalador. Zu diesen verfluchten Dämonenjägern. Ah. Was will er denn ausgerechnet da? Was will er denn ausgerechnet bei den Dämonenjägern? Ach, was weiß ich. Kanonen gießen oder irgendein Männerkram. Wer hat da so ein Flättchensitzen? Hör mal. Du bist doch ein Seefahrer, oder? Korrekt. Kannst du meinem Kerl eine Nachricht überbringen? Heutzutage ist es schwer, für so persönliche Nachrichten einen geeigneten Boten zu finden. Ich wüsste zu gern, wie es meinem Wilson geht. Wegen Wilson. Wegen Wilson. Was bekomme ich, wenn ich die Nachricht überbringe? Was bekomme ich, wenn ich deine Nachricht überbringe? Wie wäre es mit einem Kuss? Das, ähm, lassen wir lieber. Du weißt nicht, was dir entgeht. Daneben 200 Goldstücke. Lass mir lieber, ja. Wo genau auf Kalador soll ich denn mal nach ihm suchen? Wo genau auf Kalador könnte Wilson sich aufhalten? Ich denke, du siehst dich dort am besten mal nach einer Schmiede um. Dort könnte er sein. Wäre ich nie drauf gekommen. Gibt Sinn, ne? Da gibt die Nachricht, ich bring die rum. Gib mir die Nachricht. Ich bringe sie zu Wilson. Aber dass du sie mir ja nicht knickst. Nein, und essen werde ich sie auch nicht. Jetzt gib schon. Hier hast du sie. Gute Reise. Danke dir. Kannst du mir irgendwas verkaufen, Mädel? Kannst du mir was verkaufen? Gerne. Allerdings erst, wenn Pansl wieder an der Schmiede steht. Und das kann er nicht, solange wir von diesen Drecksviechern belagert werden. Pansl arbeitet wieder. Pansl arbeitet wieder. Das freut mich zu hören. Wenn du willst, kannst du nun einen Blick auf die Waren werfen. Zeig mir mal, toi de ware. Zeig mir deine Ware. Du weißt schon, ich meine die richtige Ware, ne? Nicht, du weißt schon, ne? So, ein Fechtschwert. Machete, Krummsäbel, Enter, Messer, Bolzen. Da kann ich auch immer ein bisschen verkaufen, ne? Äh, verkaufen. Ich hab hier auch jede Menge Zeug. Zum Beispiel. Pansl's Meisterstück. Das kann weg. Steinachs, Krabbenstecher. Ich hab hier ne Pistole. Die Piratenbüchse ist ja eigentlich besser. Ist auf jeden Fall mehr wert. Knarre. Schrotpistole. Wurfmesser. Wurfdeutsch. Noch ne Menge von diesen komischen Kackschwertern eingesammelt. Die können doch eigentlich auch mal verkaufen. Hier von den Schergen. Da, alle 13. Kannste haben. Ich dachte, ich hätte da noch deutlich mehr Zeug. Aber offensichtlich nicht. Noch egal. So. Handel akzeptieren. Dankeschön. War nett mit dir. Schauen wir uns weiter um. Mitnehmen, was man mitnehmen kann. Nicht wahr? Tagebuch von Grace. Okay. Ich habe nicht gerade dein Tagebuch gestohlen. Also wenn einer fragt, alles chillig. Dankeschön. Er ist hier fleißig am Schmieden. Hier liegt jemand noch tot rum. Bill. Bill hat es leider nicht mehr geschafft. War das hier Grays Haus? Oder was ist das jetzt? Oh, hier gibt es noch was. Guck mal. Oh, die Armbrust. Die bis Kunst 2. Hier ist von einer Greifzange die Rede. Die habe ich schon. Gut. Gabeln. Na, endlich was für die Sammlung, wa? Okay. Ja, dann gehen wir jetzt eben mal zu unserer Kollegin auf die andere Seite. Ich versuche mal, über diese Kisten zu springen. Ja, komm schon. Da staunt ihr nicht schlecht, wa? Hm. Ich bin ein richtiger Kletterfuchs. Gönnen wir uns aus dem Wasserfass und dann überbringen wir mal die Zutaten für das Höllengedränk. Was soll denn da schief gehen? Und der Haddock hatte übrigens recht. Zumindest scheint es so, wenn man an einem Wasserfass trinkt, scheint jetzt das gesamte Leben langsam aufgefüllt zu werden. Das ist cool. Das war früher nicht so. Da ging das immer so sofort, aber dann immer nur stückelndesweise, ne? Emma! So, wegen deinem Heilmittel, ne? Was das Heilmittel angeht. Ich habe hier doch die Knochen. Ich habe die Zutaten, die du wolltest. Ich danke dir. Dann lass mich sofort ans Werk gehen. Ja, Hanus auch gut. Ich glaube, der Trank zeigt Wirkung. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder die Alte bin. Nimm dies als Belohnung. Du kannst auch einen Blick auf meine Waren werfen. Trank der Überzeugung erhalten. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Klar. Was möchtest du wissen? Tränkebrauen lernen, Alchemie lernen. Erstmal noch nix. Zurück und zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Sicher. Sieh dich nur gut um. Was hast du denn? Kreole. Ein klassischer Ohrring. Piraten Anhänger. Stiefwaffen, Deuche und Einschüchtern. Eisenring. Hiebwaffen. Irgendwas mit Magie oder so? Nur Verbrauchsgegenstände. Oh, Ohren und Tatzen. Das können wir bei ihr auf jeden Fall verkaufen. Dann machen wir das doch mal direkt. Verkaufen. Blunder. Da hätte ich jede Menge Zeug. Und zwar Knochen. Sechs Krallen. Hier, Tatzen. Schädel. Den Rest behalte ich erstmal noch, ne? Dankeschön. Das war's dann auch erstmal. So, meine Lieben. Der Hahn, er ist am Krähen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal noch einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Blaufuchs.